Willkommen zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon! Erkundest in Dunkelheit Part 26! Wunder mit der Sechsenspiel! Immer noch in der AP-Ebene! Und Jain Gummi! Okay, jetzt kannst du am Pimper! Kleiner Spinner da! Ja, wissen Sie natürlich! Okay, wo ist die Treppe? Oh, das funktioniert! Yay! Das ist nicht mal Glück, etwas recht seltenes. Und Schuss von Pi! Yay Geld! Yay Geld! Tschüss Minun! Hehehe! Und... Kannst du wenigstens ein Fläursam sein. Ah, wie süß es schl-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Entschuldigung! Ah, geh weg! Ah. Das legt sich einfach mit auf den Boden hin und brennt. Das fehlt doch gerade wiederum, gerückt zurückliebt zu werden. Ja, gerückt zurückliebt zu werden. Den Begriff gibt's. Äh, denke ich. Ich führe ihn ein, sobald ich die Welt geschafft habe. Wie wird das ein offizieller Begriff werden? Äh, was ist heute dabei hier? Vielleicht nachdem ich RTL aufgeschafft habe. Das steht ganz oben in meiner Clue-Liste. Ja gut, und die von Nintendo das gespringen, einen neuen Mystery Dungeon-Teil zu machen, aber einen vernünftigen. Ähm, hm. Oh, Zeug zu verscherben! Ah, da ist Steve. Yay, Geld! Ich kann mich damit lieber zusammen kaufen! Yes! Wann hab ich so viel Glück bei so einer Erkundung? Hä? Oh, hallo! Was willst du denn? Bestimmt Kohlzucki werden, oder? Das wollen wir heute... Bäh! Bäh! Ja, ich wollte, dass wir mit mir gehen. Das war mit Absicht. Geh weg, Krampi! Gut! Ah, da ist ja noch einer! Die sind überall! Geh weg! Da packt das! Und das! So! Geld! Yay! Und? Explosionen? Äh, nein! Das ist mir ganz sicher kein Moment bei! Äh... Ja, ist das reingemal, Steve. Ah, ein Schaf! Och, wie süß! Da! Was ist das? Und das! Ich hab' diese Besteller-Wiffen können! Damage! Jetzt geht es mit den Fallen wieder los! Ach, ist das nicht schön! Entschuldige, Steve! Oh! Oh! Ja, das ist praktisch! Ach ja, die Fallen! Wer liebt die denn nicht? Ich würd' mal sagen, jeder! Das schönste ist immer noch, wenn man in einem Monsterraum war und sich erstmal die ganz Items krallen will und dann auch schon in eine Falle tritt! Ich hab' noch vergessen, die alle im Pokémon verwandelt! Alle Items! Nein! Jetzt ist es immer wieder schön! So! Schön! Hehehehe! Oh! Treppe! Yay! Wie, wer geht das denn hier? Oh! Will der das hoch? Mh! Kommen die Beine eigentlich schon... Oh, ja! Items! Äh! Fail! Ja, es gibt Dutlimper! Mh! Mh! Und meiner! Oder wie er denn dann noch etwas gut ist? Das kriegt Steve! Eine Spinne mit einer Sonnenbrille! Na, das passt! Das passt supi! Ähm! Die kriegst du! Jetzt Fluchtyp bist du ja am Arsch! So viel Blimpfer! Yay! Geld! Eine Spinne mit einer Sonnenbrille! Hm! Warte mal Steve! Wie war? Ja, ein Schaf! Bäh! Geh weg! Level up! Hey, mein Level ist gestiegen! Hast du fein gemacht, Kevin! Scheinhocks! Kriste uns nicht! Verdammt! Kriste uns nicht! AAAAAAH! Fuuuuuuuck! AAAAAAAAH! AAAAAAH! Nein! Kommen die Monster aber jetzt schon?! Oh God... Warte mal, ne, Moment! Ach, scheiß, doch vergiss das. Das ist mir jetzt auch egal. Ich bin gerade eher am Arsch. Ah, wieso? Ah, dammit. Ja, mach doch. Ist mir doch egal. Ja, kommt alle her. Perfekt, kommt her. Gerade ich alle ein Stück von mir. Reiß mich jetzt fest. Was weiß ich. Ja, dann bist du tollen Plümpfer. Perfekt. So muss das. Immer wieder schön. Gut gemacht, Kevin. Dankeschön, Plümpfer. Aua. Fuck. Dammit. 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 Ja, mach doch. Hau mich drauf. Ja, perfekt. Ich lasse mal kurz mit dir. Das wachs hier echt an. Geh weg. Okay, Plümpfer, wir schaffen das. Wir schaffen das. Nee, das da. So, pack das. Level up! Oh, ne Attacke. Hui, am Schlag. Äh. Mach das mal das. Ja, mach doch. Woho. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Mein Level ist gestiegen. Ja, hast du fein gemacht, Plümpfer. Ja, ja, okay, hab's kapiert. Ah. Gernst du bitte das. Aua. Okay, du kannst das nicht fertig machen. Mach ich's halt. Äh. Wir leben noch. Fuck yeah. Wir leben noch. Das ist mein Gummi. Äh. Äh. Hatte ich schon mal weh, dass ich Monster auch immer hasse? Ja, Chico. Ja, mach sie auch nicht. Diesen Buch. Äh. Jetzt wird die Erkundung uns einiges lustiger. Mit Spallen und Monsterräumen. Hä, hä. Hä. Hä, 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 hä. Oh je, treffe. Ah. Ah, es geht auch weiter. Ah. Ich hasse diesen Dungeon-Moment. Ernsthaft. Ah. Monsterräumen sind eh schon wieder ein tolles Zeichen. Es kann ja nur besser werden. Äh. Wahrscheinlich nicht. Also dann, weiter geht's. Ja. Nein, eigentlich nicht. Ja, aber okay. Wir müssen bei deinem tiefsten Punkt angelangt sein, Nightmare. Ich weiß nicht, was das erwartet. Sei mir besten sehr vorsichtig. Ich bin so schade auf das, was uns erwartet können. Währenddessen in Schadstadt. Ach, verstehe. Das ist also mit deinem Schuhgreif passiert. Was für eine Gemeinheit. Das Tierverleiten ist also auf den Weg dorthin, ja? Ja. Sie haben gesagt, sie wollen die Konsolen. Das freut mich für euch. Ihr könnt beruhig sein. Immerhin kümmert sich jetzt die Luna darum. Ja, das stimmt. Sie haben auf einmal zurückgerätigt. Wir sind so dankbar, dass sie uns helfen. Guten Tag allerseits. Worum geht es? Oh, ich weiß nicht. Hallo, Zierfens. Wir sprechen über das verlorene Item von Meryl. Erinnerst du dich? Wir haben uns erst kürzlich darüber unterhalten. Natürlich. Ich glaube, du meinst den Schuhgreif, oder? Du hattest gehört, dass er im Strand liegt, wenn ich mich recht erinnere. Genau, genau. Aber jetzt gibt es Neuigkeiten. Wir kennen die Gertz, wir finden es das Geschehene. Ich verstehe, das ist wirklich schrecklich. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand so hinterhältig sein kann. Wer so tief sinkt, muss schon ein Erbärmverlung sein. Das ist der Mund. Egal. Ganz meine Meinung. Kinder gegen ihn immer so gemein zu sein. Und dann auch nur so kleinen Kinder wie diesen Brüdern. Das ist absolut unentschuldbar. Noch eine Sache. Wohin ist die Luna gegangen? Sie sind zur Ampere-Ebene gegangen. Wie bitte? Sagtest du zur Ampere-Ebene? Aber in der Ampere-Ebene ist es wieder... Ja. Jetzt in dieser Jahreszeit die Saison der... Nein, das ist fatal! Die Luna fehlt in der ersten Gefahr. Was? Ich muss sofort zur Ampere-Ebene. Was? Warte! Was? Warte und bleib da sitzen. Okay, macht Sinn! Macht Sinn! Ach komm, Leute, das ist nicht das erste Mal, dass wir in Gefahr schweben. Also echt. Das muss natürlich das letzte Mal sein. Oh, hi. Na, wie geht's? Nein, schon dauert zum Schlafen. Ich muss nicht nur sagen, der Boden sieht so bequem aus wie diese ganzen Steine. Das hat schon was, wirklich. Muss ich schon sagen. Und würdest du das weiterempfehlen? Oh, du bist K.O. Okay, ich werde es irgendwann mal probieren. Ich glaube, hier ist Lufa. Ich habe mir schon recht, dass ich bei diesem einen Trainings-Dungeon immer wieder Timmel wieder verloren habe. Weil die Ein instrumentalisten müssen in die K wandern, in eine andere Richtung gehen. Oh. Ihr Affäre kei. Ja, hast du fein gemacht, Lufa. Hast du fein gemacht. Ich bin am Ende aber sowas von tot. Okay, das Toilette ist, ich kann nicht die Namen von ihren Teilen vergessen, aber die treffen alle um mich herum. Aber die kann ich jetzt noch nicht lernen, glaube ich. Aber bei Monsterheim ist das praktisch. Schlimmes Item. Okay, kurz bitte auch. Und, oh! Ah, okay! Okay, die kann ich gebrauchen. Die kann ich echt gebrauchen. Aaaaah. Verdammt. Hi! Hi! Wie weit ist es noch? Oh, Geld! Yay! Oh, ja! Ganz toll, Steve! Ja, Fein, was der Knopf! Grabe Spinne, wirklich, hast du Feigen gemacht! Level up! Oh, das kommt gerade recht, ich habe einen neuen Level! Woohoo! Level se- Uuuuh! Reinsam! Geh, du isst ihn! Na komm! Komm! Ja, du auch! So! Level up! Ich kann ein neuer Tag! Och, Mann! Yay! Kann ich auch mal einen Laden ausräumen, das Ding essen, um da schnell wegzukommen? Äh, ich meine, wenn ich immer in Schwierigkeit schlicke, das Ding essen, um zu... Treppenspumpen! Äh, was haben wir denn hier? Ja, hi! Baugummi! Leber, aber ich kann ihn mir leisten! Okay, den nehme ich! Hi! Ja! Äh, nein! Okay, ich freue mich gar nicht aus! Ah! Weg! So! Ich will jetzt vergessen, was ich sagen wollte! Mann, oh! Ah ja, wo ist die Treppe? Oh, hallo! Ah, das hilft auch nicht! Ertrag es einfach! Nehmt es einfach hin! So, guck, zuck hier! Bam! Oh! Oh! Na! Okay, jetzt kann man verscherbeln! Oh! Oh! Immer wieder! Aua! Das ist ein Rotzucki! Das ist ein Rotzucki! Das Gesicht! Soll ich drauf einhaben! Das! Das! Und das! Und das! Geh weg! Level up! Ja! Toll, Steve! Brabe Spinne! Und wann ist das denn auch? Ah! Sag das ja, sag das! Ach, schön! Geh besser als im Monsterraum! Hä? Was? Oh! Ich muss nicht, wenn man schon dabei ist! Das hab ich ganz vergessen! Hä! Okay! Dammit! Hi! Hi! Kannst auch noch was haben! Bitteschön! So! Oh! Äh! Okay! Oh! Nein! Neues Teammitglied! Yay! So! Und tschüss! Okay! So weit kann es doch nicht mehr sein, oder? Oh je! Teppe! Ignoriert! Schlitzelblitz! Hahaha! So viel zuerst kann ich noch was sein! Team! Ich spüre, dass wir den Zielen näher kommen! Irgendwie! Irgendwie! Ja, das klingt ja auch nicht wirklich! Fuck das! Oh nein! Hallo! Es gibt keinen Kommen von uns! Verdammt! Muahahahaha! Tsch! So! So! Oh! Fuck! Hallo! Tsch! So! Wo war ich? Achja! Treppe! Du bist nicht hier Treppe! Du bist doch! Du bist immer noch durch! Okay! So! Wir trösten nichts daran, dass du doof bist! Äh! Nein! Speziell ich dir nicht! Na! Ich geh bloß weg! Du bist immer noch durch! So! Treppe! 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 Wo ist die Sicht? Aber es gibt Stimme nicht! Ah! Ich will doch nur so Treppe! Ah! Nein! 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 Jetzt geh weg! So! Oh! Oh! Treppe! Okay! Dann lassen wir schlafen! Jesus! Äh! Oh! Oh! Treppe! Yay! Dieser hat das Gefühl, dass der nach unser Untergang wartet! Äh! Hm! Ich schätze mal danach was! Das, äh! Also ich denke mal, wir werden jetzt zusammengefaltet werden! Das sehen wir beim nächsten Part! Dann können wir's angucken! Dann! Dann! Oh!